Das 1303 Käfer Cabrio, Scheibenbremsen vorne, das 2003 nach Arizona ging, deutsches Fahrzeug, hat schon die eine oder andere Stelle, ist mal geschweißt worden, wie hier. Der Motor wurde in Arizona frisch überholt für 3600 Dollar, Rechnung ist vorhanden. Wurde im Januar 2016 gemacht, sogar die Heizbirnen sind erneuert worden und sind angeschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017